Guten Abend, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle da seid. Und das soll heute unbedingt unser Motto sein. Heute Abend wird hier gelebt. Und zwar mit euch. Ich fühle die gute Energie und ich möchte natürlich, dass wir heute Abend gemeinsam bestreiten. Wir müssen schnell nicht vergessen werden. Wir werden unser Bestes hier oben auf dieser Rühne tun. Und ich kann euch nur eins sagen, wir platzen vor Freude. Wir haben richtig Lust auf diesen heutigen Abend. Und deswegen lasst euch feiern und wir feiern einfach gemeinsam in einem wunderschönen Mittwochabend. Okay, ihr Lieben? Also, schön, dass ihr da seid. Wir sehen euch heute Abend. Wir sehen uns heute Abend. Wir sehen uns heute Abend. Wir sehen uns heute Abend. Ok, eine Rennach-Event. Was wollen wir jetzt mitnehmen? Soll ich da mitmachen, oder was? Na klar, ich traf noch mal in der Ferne an. Aber schön, liebe Grüße, falls ihr aus Ferne macht, kommen. Liebe Grüße, da hin. Und ja, es kann ja nichts mehr schiefen. Die Filter-Technik, die wir gestern gelesen haben, Vielen Dank für die Zuschauer, die ich im Besuchstisch machen wäre, aus dem Motto-Dienkopf, da freue ich mich natürlich zu Hause. Ach, das ist so starb. Vielen Dank, danke. Also, ich weiß noch, ob die Bildung nicht. Ja. Ich dachte mal so von mir rum heute Abend und denke, wir alle wären heute Abend geschossen. Ich habe das ja schon gesehen, ich stehe heute Abend natürlich mit der Lappnacht. Wir haben großartiges Herzen von Akkordaten, die mich online und unterstützen. Und natürlich, die Jungs und Bands hier hinter mir, meine, ein großartiges Herzen. Vielen Dank für die Applaus. An die fantastischen Musiker Jungs. Das war meine Lieblings-Jungs. Das war meine Lieblings-Jungs. Also, da ich natürlich froh, diesen Abend für euch unvergesslich zu machen, wir haben gar nicht in meinem Leben, sondern wir möchten massiv machen. Und ich möchte mich für euch sehen und alles sehen. Und das wird einfach nur schön, wenn ich euch einfach so richtig treiben muss, ja. Ich weiß, ihr habt alle sehr lange auf diesen Abend gewartet. Aber viele von euch haben die Tickets schon auf Weißen Spielen angezogen. Und auch wir, wir haben auch so lange gewartet mit Frankfurt. Ja, wir haben auch schon. Ich freue mich sehr auf die heutige Abend. Und vor allem auf euch, auf die gute Stimmung hier in Frankfurt. Und ja, ihr müsst auch gerne mal, und das ist schön, wenn ich mich für heute散kei bin. Weil ich mich für heute liebend haue, dass wir heute liebend haben. Ich bin der Hände her, es ist mir gefallen und das ist mir gefallen. Ohne, die es weht, hat sich das Kind vor dir geschleppt. Ich weiß, wie du mich hättest. Aus dem Schatten bist du ans Weg. Glaub mir, denn es geht nicht. Wenn du die Einsamkeit durchbringst, in die ich verletzt, bist du in der Siebenheit. Du bist ein Leben allein. Ich werde dir noch das Heim. Glaub mir, denn es geht nicht. In die Zeit, die Sterne beschliffen. Ich werde dir noch das Heim.